hallo und herzlich willkommen bei playern und battleground. Malzeit. Malzeit. Komm mal da auf, fasse. Wo landen wir? Wir fliegen direkt über Georgopol. Ich würde sagen Küstenstraße Richtung Süden. Echt? Okay. Wow. Dann gucken wir, ob wir ein Auto kriegen oder ein Boot. Okay, dann direkt raus. Und? Ich bin draußen. Soll ich direkt an den Strand gehen? Ich geh erstmal da rein. Da sind so zwei komische Hütten, da halte ich so eine Massen. Rechts von der Straße, von den zwei Hütten halte ich drauf. Zwei braune Blue-Kartons. Du kannst das Dörfchen nehmen. Direkt runter. Wie sie sehen, sehen sie nix. Weder Boot noch Auto. Nach da gucken. Wer hätt's gedacht. Ich guck Richtung Süden. Bei uns ist kein Mensch in der Nähe gerade aktuell. Das ist super. Aber kein Boot, nix. Na gut, kein Auto. Doch, ich seh n Auto. Ich seh n Auto. Südlich hat die Straße entlang. Ich renne direkt hin. Südlich? Ja, südlich. Ich mach schon. Ganz einfach die Straße lang. Mach doch die Kacktür auf, Mann. Wenigstens nen Hut nehm ich mit. Warum soll's auch nix sein? Durch, dann können wir runterfahren zu den Nagerhallen. Mach auf. Mach mal schön Ruhe. Behälste, behälste. Nein, ne Gasmaske. Okay, ich komme. Ich komme. Scheiß drauf. Komme. Dein Lootgott will gleich sagen, ne? Probier's doch nicht. Immerhin. Ich hab schon mal nen Hut an. Voller Luxus. So, jetzt warte mal. Der Kreis kommt jetzt oben bei Stalba. Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Danke. So, ich komme schuldig ab? Ja, ja. Ich bleib hier, genau hier am Straßenrand. Ja, ja. Dann kannst du mal landen, landen. Ich komme, ich komme. Ich bin drin. So geht einsteigen. Nicht fünf Stunden. Ja, zack, zack. Ja, ne, naja. Das Auto dürfen wir nicht verlieren. Soweit schon gut gemacht. Ich würde sagen, wir fahren runter nach Trimbaus, oder? Ja, ja, fahren, fahren, fahren. Fahren wir. Da haben wir mal Glück, ne? Und wenn wir dann noch nen Boot finden würden, und dann der Kreis unten auf der Militärbasis... Ja, der Kreis ist schon da. Der ist, ähm... Nein, nein, nein. Ziemlich in der Mitte. Ja, aber geht. Exakt Mitte. Aber wir haben noch ein paar Minuten zum Looten. Wenn wir ankommen. Ja. Und wir sollten da unten im Süden an der Küste entlang zumindest relativ ruhig haben. Weil das Flugzeug ist relativ nördlich. Ja. Beflogen. Stimmt. Aber direkt durchziehen, ne? Bis zu den Hallen hinten. Ja, ja, klar. Nicht vorne um Rotsch, neben Leim. Ja, ne. Hier komm, ich gebe Turbo. Wir finden da mit Sicherheit Benzin. Naja. Ein Benzin können ist das immer drin. Dann ist es doch schon... Halt dann direkt für dich vom Kaffee her und ich geh rück an die Hallen. Ja. Kaffee Arsch. Genau. Wir außen lang fahren, ne? Ja, wie du willst. Ja, dann am nächsten Mal. Richtig. Dann bitte an die Steil umgewöhnt beim Fahren. Da fährt auch schön die Straße lang. Exactement Monsieur. Ich guck noch ein bisschen auf die Häuserchen und so. Ob da Türen auf sind. Sind hier keine offenen Türen. Die Hallen sind offen. Oh nein. Okay. Abbremse. Abbremse. Space-Taste. Aus hier. Zack. Ein. Hepp. Okay, ich habe einen Rucksack. Gut Glück. Das erschreckt mich doch nicht so. Da war ich direkt da. Da denke ich, da kommt jemand, der schießt. Oder was? Ja, Loot-Glück. Ich habe eine Karabiner. Munition. Erste Hilfe-Koffer. Oh! Ich kann dir nicht passen. Der SKS. Ich auch. Eine SK habe ich. Ja, zack, zack, zack. Muni, zack. Und ein Rucksack. Stufe 2 gleich. Das wird wahnsinnig. Zack, zack. Direkt auf Schuss. Nein. Oh, eine M14. Hier. Kann ich den mitbringen. Zack. Braucht noch mehr Muni. Muni. Das Ding liegt mir denn nicht da. Da könnte ich so platzen. Mal raus. Zack, eine Weste habe ich schon an. Ist egal. Ziehe ich nochmal an. Vorrat, eine Benzin-Kanister nehme ich gleich mit. Zack. Äh, noch Schmerzmittel. Okay, zack. Hier die letzte Halle. Ein T-Shirt steht da. Da liegt ein verkackter. Ach, leg mich doch. Wo bist du? Durch die Hallen durch? Vierfach-Sucher. Ja. Sehr geil. Und der M41. M41. M41? Ja. Das ist die Beste. Ne, das ist nicht die Beste. Doch, das ist die Beste. Die Beste. Die Beste. Der Beste. Der Beste. Zack. Zack. Erst Tür aufmachen, dann durchladen. Zack. So, jetzt geh ich in die Häuser. Ich bin auch auf dem Weg. Bin ich in den Häusern. Ist nix. Mal klar. Komm, komm, komm. Nix. Zack, zack, zack. Schrotmoni. Gasmaske. Schrott, 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 Schrott. Okay. Das nehm ich noch mit, wenn das so schön steht. Hier wäre auch ein Boot. Ne? Bei mir in den Lagerhallen unten. Braucht ne UMP? Ist hier. Brauchst du nicht, ne? Ne, ne. Waffen bin ich versorgt. Ich brauche nur noch Munition jetzt. Vizier. Ich nehm so ein M14 Schulterding vom Griff, wenn du findest. Okay. So ein Armverlängerungsteil. Zack. Da ist nix. Pistole. Zweierrucksack. Sehr schön. Schnellwechselmagazin. Zack. Zack. Ich hab leider noch gar kein Visier. Rotpunkt noch für die M14. Ist doch Witz, ne. Da liegen die Teile in der Tür und wird dich angezeigt. Komm, ein Haus zu dir. Ja, Rotpunktvisier ist besser wie kein Visier. Warte, ich geh jetzt hier in den Schuppen, da liegt Gott. Ach du Scheiße. Wir sind schon, äh, zeitlich sind wir schon am Limit. Oh, okay. Dann haben wir noch ein, zwei Häuser. Ich brauch ne Weste auf jeden Fall immer noch. Ja, irgendeine Weste. Okay, wie soll ich denn Weste sehe? Schrei ich. Lalalalalala. Nix, nix, nix. Nothing. Go, 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 go. Nix. Nix. Das ist ein Medikit-Ding. Ja, nimm mit. Das ist so eins, wo komplett voll heilt. Sehr nice. Ah, das 100% Ding. Das ist super. Ich hab nämlich noch gar nichts zum Heilen gehabt. Ja, ist sehr gut, sehr gut. Geht's mit. Weiter, 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 weiter. Komm her. Ah, wir haben noch. Eine Minute haben wir noch. Eine Minute haben wir noch. Da bist du drin, hier in dem Haus, in dem blauen. Ja. Okay, ich renne an dir vorbei. In dem rote Haus hat er Wasser schon drin. Da geh ich dann nächstes Haus an die Küste. Warst du da auch schon drin? Nee, war ich auch schon. Südlicher war ich schon an alle Häuser. Okay, dann zack. Gucken wir jetzt auf. Achtfach-Visier. Scheiß-Dreck. Elender. Ich glaub das mal, ich kann dir das vierfach geben dann. Ja. Gleich. Am Auto oder so. Ja, würd ich auch sagen. Schnellwechsel-Magazin hab ich. Ein angewinkelter Handgriff. Kann ich den benutzen, den Handgriff. Ja, kann ich. Nee, ich kann den Schnellwechsel-Magazin gleich droppen. Ja, ich brauch erstmal Munition dafür. Für wat? Für die M4-41. Hab ich nur 30 Schuss. Für, 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 was hast du denn Munition? Äh, pop, pop, pop. Ein 5-5-6er brauch ich dafür. Nein, wat du für Munition hast? Äh, ich hab nur, äh, 30 Schuss für die 5-5-6er und 7-6, 7-7, 7-7, 7-7, 7-7, 7-7-6, 60 Schuss für die SK-12. Achso, okay. Mehr hab ich nicht. Das ist nicht so viel. Warst du nördlicher in den Häusern schon? Nein. Okay, dann lass mal noch in das Gelbe hier gehen oder so. Ja, in die Gelbe. Ich wende das Auto und fahre ein Stück vor. Ja. Zack. Was brauchst denn du noch, dass ich schreien kann? Äh, äh. Nur den Griff. Und ein Heilzeug und so'n Scheiß. Ja. Zweier Helm ist hier in der Küche. Zweier Helm, ja. Den könnt ich gebrauchen. Zack, zack. Welle auf die Straße, raus. Hier, zack. Ich komme. Da noch ein Verband im Klo, dann lass ich der auch liegen. Verband, äh. Hier ist noch ein Vierfachsucher. Kannst du nehmen. Okay, warte. Ich stoppe ein Achtfachdreck, zack. Achtfach Schnellwechselmagazin, zack. Ähm. Zack. Sehr schön. Hast du noch irgendeinen Rotpunkt-Visier oder so? Äh, das Rotpunkt habe ich auf dem Ding, auf dem M41 drauf. Achso, okay. Was? Bist du schon oben? Hier ist ein Rotpunkt-Visier oben. Ja, ja. Oh, doch. Jetzt. Äh, wir müssen langsam los. Die Wand kommt. Das ist so'n, so'n. Ja, habe ich genommen. Mutzel-Break. Raus. Einsteigen. Komm, Munitionen werden wir noch finden dann. Munitionen. Wieviel brauchst du? Äh, komm wir hier. 556er dann. 556er. Zack, zack. Äh, warte. Zack. Na, warte. Hier. 60 Schuss, bitteschön. Oh, sehr schön, danke. Perfekt. So, einsteigen. Hast du Benzin? Ja, ich benutze gleich. Ich tanke. Zack. Zack. Jupp ist getankt. Okay, los geht's. Und fahren wir erst mal am Strand. Erstmal hier. Ah, ich weiß wohin. Wir können doch da an der Brücke... Ja, wo die vier, vier Häuschen sind, ne? Genau. Ja, ich schleich erstmal im... Im Pupsgang. Soll ich durch die... Soll ich über die Straße in die Bäume fahren oder am Strand lang? Ja, ich würde am Strand lang fahren. Aber hinten der Ort ist kacke, dann muss ich raus. Ja. Ja, ja, klar. Natürlich. Da komme ich nicht durch. Also fahre ich erstmal hier so vorbei und dann... Das ist aber da an mir gesteckt. Jetzt müssen wir wieder nach links gehen, ja. Ja. Hier so zwischen Toilettenhäuschen. Bisschen zickzack. Oh. Elfte haben wir gleich geschafft. In der Theorie. Kommt jetzt hier einer. Ratatatatatat. Nein. Gut. Okay. Ich sehe nichts, ich höre nichts mehr. Okay. Lalalala. Ich brauche immer noch eine Wester, ne? Echt? Das ist scheiße. Gefährt hinter uns irgendwas? Nein. Ich sehe nichts. Okay. Brust gesetzt. Hier an der verdammten Tankstelle entlang ist es sehr ungesund meistens. Ich gucke mich um. Ich sehe mal. Ich fahre links ein bisschen durch den Wald und dann fliege ich nach rechts ab. Ja. Und ja, Autofahren, ne? Das sieht so einfach aus. Leute, lasst euch gesagt sein. Nicht gelernt sein. Das ist echt schwer. Ja. Einen Fehler liegst du auf dem Rücken, ne? Ja. Einen Fehler liegst du auf dem Rücken. Oder die Karre überschlägt sich. Oder du fährst gegen den Baum. Oder sonstige Scheiße. So. Ich fahr jetzt hier hoch. Ja. Bugel. Ging noch, grad so. Jetzt guck mal, wie liegen Türen. Zu. Geh zu. Geh zu. Geh zu. Geh zu. Alles zu. Witsch, ratsch. Aus. Ich nehm die rechten Häuser, ja? Ja. Eine Sau drin. Was soll du? Hier liegt aber kein vernünftiges Zeug rum. Benzinkanister hab ich gefunden. Nochmal Munition. Doch, doch. Hier liegt Munition. Ohne Ende. Haha. Ich find nur 5,5-Munition. Habe ich schon irgendwas von Loot-Pest gesagt? Hab ich schonmal gehört. Ich doch nicht. Bin der Meister des Glücks. Meister des Glücks. Und der Senior Rossi sucht das Glück. Das kennen die meisten nicht. Fünf Jahrhundert daher. Ich guck mal gerade hier im Zaun vorbei. Aber wir sind ja drin. Wir haben ja so keine Angst. Nicht, dass ich nirgends wo eine Weste finde. Ah Weste immer noch. Okay. Hier. So, Weste. Weste bei mir. Reinkommst einen Meter rechts geradeaus. Einen Meter wirklich nur. Ich brauche noch ein verdammtes Rotpunktvisier. Hier ist noch 7,6 von Muni. Nehme ich mit. Da brauche ich dir gleich. Ich brauche immer noch ein verkacktes Visier. Das ist am schlimmsten. Hier ist die Muzo Breaker. Zack. Okay, hast du? Ja. Ich muss mich erschießen. Hier warte Muni, Muni, Muni vor der Haustür. Zack. Du finden. Rotpunktvisier. Scharfschützen. Du hast ein Scharfschützengewehr. Ja, die SKS. Habe ich einen Schalldämpfer für. Glaube ich. Den Mündungsfeuerdämpfer habe ich schon. Da war ich schon. In dem Ding war ich schon. Okay. Mündungsfeuerding. Scharfschütze habe ich hier direkt am Haus. Oh. Ja, das gleiche. Egal. Sollen wir die anderen Häuser hier noch mitnehmen? Ja. Renn zum Schuppen. Ne, ich gucke erstmal hier in dem Stinkehaus. Keiner da. Okay. Wir gehen mal weiter gucken. Der Schalldämpfer war für die M41 gewesen. Das ist aber auch schon ein Geniales. Echt? Verdammt. Hey, tschau'f gern. Haha. Egal. Heuer, heuer. Hast du Muni gefunden? Nein, noch nicht. Soll ich noch Benzin mitnehmen? Äh, ich hab Benzin. Okay. Ja, hab Benzin. War ich da drinnen? Eine Kackhütte. Ne, ne? Ich wunderte, dass wir noch keinen Besuch gekriegt haben. Wie gesagt, nehme ich mit. Das sind echt weit weg von der Fluglinie, ne? Ja, okay. Das war. Ben, kommen sie nur mit dem Auto. So. Letzter Haus. Letzter Haus. Santa Claus. Ich bin schon die eine Siedlung weitergezogen. War ich hier schon drinnen? Ja, hier war ich schon drinnen. Zack, ab die Post. Ich bin schon eine Siedlung weiter. Ich komme. Ich hab noch ein bisschen Angst, hier den ganzen Weg zu laufen. Eine Siedlung weiter? Ja, da sind noch was gekriegt. Okay, nächster Kreis. Ein paar Meter nach Norden nur. Äh, fucking. Soll ich den, pass auf, schnell mit dem Auto mit und stellt ihn in den Kreis rein. Genau. Da können wir deinen Rudel noch looten. Platz da. Zweier Rucksack hast du, ne? Zweier Rucksack? Ja. Äh, äh, ja hab ich. Hier, ist auf jeden Fall in Marsch Richtung. Ah komm, zwei Meter fahre ich noch. Zack. Unser Auto ist drinnen. Hier mit den südlichen Häusern bin ich jetzt schon wieder durch. Jetzt hast du auch noch was. Zack. Ja, da war jetzt schon wieder geschlossen dabei. Ich hab eine Brandpfanne jetzt am hinteren. Ach komm, heulen. Ich brauch ein verdammtes Visier. Ja, der mit. Ja, der suche ich schon für dich. Das sagt er jetzt. In Wirklichkeit, er soll alles einstecken. In Wirklichkeit habe ich schon acht Visieren drin. Hier ist ein Rotpunkt Visier bei mir. Na also, also. Siehst du, jetzt sagt er sich erbarmt und rückt eins raus. Bei sogar. Lol. Ja, brauch ich auch. Ehrlich, ohne Scheiß zu umschalten. Ja, sind zwei Stück da. Zack. Ne, ich brauch nur eins. Hab übertrieben. Ja, genau. Da wo du jetzt bist und hier draußen auch bei der Schott. Danke. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Brauch ich nicht. Alles ein Witz. Ja, dann. Ich hab alles. Ja, ich brauch sowas noch wie Schmerzmittel oder so. Schmerzmittel. Na hier. Liegt doch ein Red Bull. Warte mit. Haha. Was hast du denn an Red Bull? Eine. Ein? Schmerzmittel? Gar keine. Ach komm her. Zack. So. Pappenheimer. Ich hab 30 Verbände. Super. Wie viel Muni hast du? Zack. 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 90 556er. Und 90 für die Sniper. Ja, okay. Zack. Hier hast du nochmal. Ah, sagen wir mal. 50. Zack. Danke. Wo ist der Helm? In seiner unendlichen Güte. Ja. Okay. Mal kurz abhocken. Oh, die Zone kommt. Die Zone kommt. Jede Sekunde hier bei uns. Okay, okay. Raus, raus, raus. Die Zone ist schon nicht mehr so übel. Mal mit da raus. So. Hab die genauso geparkt, dass wir schön jetzt fahren können. Sehr gut. Na, ich trau den Säcken aber nicht. Erst mal gucken. Na kommt was. Ja, ich seh sie, ich seh sie links. Hier nur ein Baum. Ich schieße auf das Auto. Ja, da ist einer hinterm Baum. Genau bei 70. Bei 70? Ja, hinter dem Baum ist einer. Hier kein Baum. Der kommt da gerade raus. Getroffen. Da hinten ran. Von dir aus gesehen, direkt hinter dem Auto. Den hab ich. Hab ihn. Ja, sehr schön. Ja, wir sind beide tot. Ja. Können wir hin looten. Haben wir hin. Bisher auch Nordwesten, ne? So sehe ich dich. Und auch nur ein Stückchen weg und auch in der Müge. Ich geh dem hinter dem Auto looten. Zack, aussteigen. Zack. Looten. Zack, gucken. Was hat er denn drin? Er hat noch eine Polizeiweste 2, nehm ich. Äh, Muni, der hat haufenweise 7,2 Muni. Tonnenweise. Erste Hilfe Koffer. Sonst nix schönes. Nein, 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 nein. Alles klar. Und der hier? Ja, nix besonderes. Zack, 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 zack. Hier, die Muni, Muni holen. Komm, die Muni holen. Ich steig mal ein hier hinten und tanke extra die Seite hier. Tonnenweise Muni für dich. Ja, die habe ich schon genug. Warte, ich muss erst, okay, zack, sitze vorne. Okay. Ich fahre wieder zurück in den Hügel erstmal. So, jetzt gucke ich, wo wir hinfahren. Musst du mal ein bisschen achten. Uh, ich weiß, wo wir fahren. Hier im Gebiet unterhalb der Schule, ne? Nein, im Gebirge. Im Gebirge. Im Gebirge. Im Gebirge. Wir werden schon nicht rumlaufen. So ist das nicht. Wir haben uns schön weggesetzt. Exzellent, oder? Ja, ja. Das hat gut funktioniert. Das Leiber habe ich einen guten Schuss getroffen. Weil es hat dann erst mal wieder versteckt geblieben. Und dann kann man auf der anderen Seite raus. Ja, der Dümmling. Haha. So, hier ist es auch aufpassen. Wir können hinter jedem verdammten Bauch in den Haufen. Ja. Wir sind ja mit dem Bergrocker. Aber willst du ganz oben drauf? Nee, will ich nicht. Nee, nee. Ich will hier zwischen durch. Das ist dann wieder von allen Seiten, ne? Genau. Da, siehst du? Da rennt, da rennt, da rennt, da rennt, da rennt, da rennt, da. Anhalten, raus, 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 schießen. Habe ihn. Ja, sehr gut. Ist auch direkt tot gewesen. Heilig. Heilig hoch. Was hat er denn? Erste Hilfe-Kit. Oh, scheiße. Gewehr. Zack, zack, zack. Was hast du? Brauchst du noch was? Schmerzmittel bräuchte ich noch. Schmerzmittel? Alles klar. Weg hier. Weg hier irgendwo. Was hat er denn? Was hat er denn noch? Was hat er denn noch? Nee, nee. Alles klar. Weg, 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 weg. Achtung, Auto. Kein Auto. Nicht denselben Baum. Nein, ich lauf weiter. Weiter, weiter, weiter auf die Mühle. Gut, ich bin dabei. Von anderer Seite schießt einer fucking, die Wand kommt. Ich hab einen. Die Wand kommt, die Wand kommt, die Wand kommt. Ich muss scheinen, das gehe ich kaputt. Vier, drei, zwei, okay, zack. Ich muss ran. Der, wo er aus dem Auto rauskommt, habe ich erschossen. Okay, ich renne. Geht du. Rennen, 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 rennen. In die Wand rein. Uh, offenes Feld. Ja, ich will direkt mal einen Baum erstmal. Hier ist ein Stein bei mir. Oh, egal. Ich weiß nicht, wohin. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Verdammt. Erschossen. Kack, die habe ich nicht gesehen. Hast genau hinter die gehockt. In den einen habe ich noch ausgenockt, der andere müsste jetzt auch fast um mir fallen sein. Verkackung. Ah. Schade. Aber, egal. Ja. Ich fand die Runde gut. Ohne Scheiß. Definitiv. Wir haben... Es lief gut. Viel Loot-Glück gehabt. Wir haben auch, ähm, was riskiert. Sind weit gefahren. Wurden dafür belohnt. Haben gutes Loot bekommen. Die ersten Kandidaten haben wir richtig schön abgesägt. Die, äh, den hier, den Typ da mit dem Stein, haben wir auch noch weggefetzt. Ja. Und dann haben die am Baum. Da weiß ich nicht, ob es hätte sein müssen. Da war wieder die Gear. Helms Gear war zu groß. Hätten wir aber weiterfahren sollen. Ah. Ne, es war das Richtige. Es war das Richtige. Der läuft dir hinterher, sieht wo du hinfährst und der hängt dann auf einmal irgendwann im Nacken von dir. Ja, kann auch sein, ne? Naja. Ja, Leute. Schreibt unten drunter euer Kommentar. Was meint ihr? Wäre besser gewesen weiterzufahren? War die richtige Entscheidung? War Pech, Glück, Dummheit. Interessiert mich. Daumen nach oben bitte. Ich fand das gut. Wenn ihr das auch gut fandet. Daumen nach oben, ne? In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Hab die Erde. Tschüss. Tschüss. Tschüss.